Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der nachfolgenden Informationen. Es handelt sich zudem um Meinungen und nicht um Anlageberatung. To infinity and beyond! Startup Insider Daily. To infinity and beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, die Nachmittagsausgabe. Wir kommen wieder zurück mit unserer Rubrik To infinity and beyond. Das Format, in dem wir mit wechselnden Gästen jede Woche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Krypto, NFTs und Web 3.0 beleuchten. Neben vielen aktuellen und relevanten News aus der Krypto- und Blockchain-Welt haben Kerstin Eismann und Daniel Höpfner gemeinsam mit Jan Thomas in dieser Folge das Thema digitale Identitäten analysiert. Hierzu haben sie sich Adrian Dirk eingeladen, der das ID Union Konsortium mit aufgebaut hat, in welchem er für die Mitgliedsverwaltung, die Kommunikation und die Nutzerakzeptanz verantwortlich ist. Digitalen Identitäten kommt in der dezentralisierten Web 3.0-Welt eine besondere Wichtigkeit zu. Warum dies so ist und was genau eine digitale Identität ist, erfahrt ihr gleich nach den Verbraucherhinweisen. Bis später. Werbung Diese Folge wird präsentiert von MOSS, der Plattform für Unternehmensausgaben. Neues Jahr, neuer Jahresabschluss und wieder beginnt die Suche nach fehlenden Belegen. Geht es euch auch so? Mit MOSS macht ihr es in diesem Jahr von Anfang an richtig. Alle Mitarbeiter bezahlen notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten von MOSS und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Schon ist alles im System. Probiert es aus und nutzt MOSS mit dem Gutscheincode INSIDER zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmos.com slash insider. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily To infinity and beyond Ja, herzlich willkommen zurück zu Into infinity and beyond. Heute wieder mit Kerstin Kier-Eismann und Daniel Höpfner. Hallo ihr beiden. Hallo, grüß dich. Grüße dich, hallo. Hallo und einem ominösen Gast. Wollen wir den schon ankündigen? Ja, sehr gerne. Heute ist der Adrian Dirk bei uns. Der gute Adrian kommt von ID Union. Hat da auch das, also heute geht es im Podcast auch um dezentrale Identitäten, hat hier das Konsortium mit aufgebaut, eines der großen Strahle-Projekte in Deutschland. Hier hat einen technischen Hintergrund und widmet sich wirklich schon seit über sieben Jahren digitalen Wallets für Endanwender und ist darüber hinaus auch bei Lissi aktiv. Das ist ja quasi das Software-Tool für digitale Identitäten, also Interaktionen zwischen großen Corporates und ihren Kunden, aber auf dezentrale Art und Weise. Und da freuen wir uns sehr, dass wir den Adrian später dann auch bei uns haben. Und das ist wirklich ein super Thema, finde ich, weil es eigentlich ja jeden von uns tangiert, ne? Genau. Die Frage ist ja, wie sieht der Pass der Zukunft aus und oder haben wir irgendwann alle eine reine Google-Identität oder Facebook-Identität? Ja, oder verlieren wir unsere Identitäten, ne? Das kann ich noch mal. Genau, wir haben irgendwann nur noch eine ominöse lange Nummer an Zahlen. Ja, also all die Antworten oder die Antworten darauf gibt es gleich, aber wir steigen erst mal wie angekündigt, eine in den Nachrichten. Und da muss man sagen, da, ja, die Wolken werden dunkler, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch sozusagen die Nachwirkungen von den Terra-Luna-Crash, den wir ja, ich glaube, vor zwei Episoden schon besprochen haben. Aber sozusagen so die Wellen, also die Wolken werden dunkler, wie du es schon gesagt hast, oder die Wellen schlagen immer größere irgendwie, oder der Stein wirft immer größere Wellen. Also Three-Hour-Capital, ein großer Hedge-Fund aus dem Krypto-Spiel aus Singapur, ist also jetzt wirklich irgendwie pleite. War immer noch lange gemutlos worden, ob er es schafft oder nicht schafft. Es sieht so aus, dass die halt pleite sind. Die hatten irgendwie zu Hochzeiten über 15 Milliarden unter Feuer. Und investiert. Und haben sich wirklich leider verspekuliert. Und was halt, also verspekuliert eben mit diesen vermeintlichen Stablecoin, diesem Terra-Luna-System, der eine Zeit lang wirklich sehr hohe Zinsen, also ja auch ausgezahlt hat und sich ja übernommen hat. Und was halt passiert ist, dass sozusagen jetzt verschiedenste Player, wir kommen gleich erst jetzt nochmal auf das Thema zurück, diesen Hedge-Fund Geld geborgt haben. Und deshalb zieht es jetzt so eine Kreise immer größer. Aber eben wir hatten Nummer eins, einer der größten Hedge-Funds im Krypto-Bereich ist pleite. Und jetzt gucken wir mal, wie es da weitergeht. Und ich glaube gerade dieses untereinander Geld leihen, ich glaube, das ist so eines der Riesenthemen dabei, ne? Ja, also das muss man sich auch so ein bisschen in den Kopf fassen, wie da teilweise untereinander sich Geld geliehen wurde und teilweise wieder zurückgeliehen wurde. Und dann so, das haben sich so hochgedreht. Und da musst du sagen, ja, also wenn man überlegt, dass da Vollprofis am Werk sind, die ja auch mal jegliche Risiko empfinden und jegliche, also internes Controlling, lässt du komplett zu Wunsch üblich. Ja, wenn die Gier siegt, ne? Ja, Gier frisst Hirn. Ist so, ne? Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Ke, da hast du was Spannendes mitgebracht, finde ich. Genau, also Gott sei Dank, endlich kommt ein bisschen Klarheit in die Regulierung rein hier in Europa. Also Mika Markets in Crypto Assets hat sich jetzt nach mehreren Monaten und Wochen doch durchgerungen, ein einheitliches Krypto-Regelwerk an den Tag zu bringen. Die Regeln sind teilweise recht hart, aber dennoch kann, wie ich finde, die Branche schon so ein bisschen aufatmen, weil nichts ist schlimmer als quasi ein Markt, der nicht reguliert ist, weil es dann auch für Institutionelle schwierig ist, diesen neuen Krypto-Weg auch einzuschlagen. Vielleicht das Wichtigste vorweg, also manche haben es mitbekommen, das höchst umstrittene klimapolitisch motivierte Verbot von Pro-for-Work-Diensten ist nicht Teil der fertigen Regelung. Also Bitcoin bleibt in Europa also weiterhin erlaubt und das ist natürlich auch für viele jetzt ein großes Aufatmen, würde ich sagen. Ich habe mich ja auch oft schon als Bitcoin-Maxi so ein bisschen bekannt. Ja, dann gibt es aber von Mika auch eine recht klare Vorgabe zu Stablecoins. Hier sagt man, die Herausgeber von Stablecoins, das hatten wir ja auch in einer Episode schon, sind wirklich verpflichtet, über die nötigen Reserven zu verfügen. Also damit eben das nicht passiert, was jetzt bei Terra passiert ist, sondern dass, ich sage mal, echte Real-World-Assets auch dahinterstehen. Und ja, parallel hat man sich, das ist nicht Mika, sondern auch hat man sich in Brüssel noch zu dieser etwas umstrittenen Transfer-of-Funds-Regulierung auch geeinigt. Hier hat man halt gesagt, dass unhosted Wallets, also eine Meta-Mask zum Beispiel, war ja mal die Diskussion, dass jeder, der über eine Wallet verfügt und Transaktionen machen will, auch ein KVC machen muss und sich authentifizieren muss. Aber das ist ja eigentlich entgegen dieser großen Peer-to-Peer-Philosophie. Und das ist quasi vom Tisch. Das muss nicht mehr gemacht werden. Das ist auch so ein bisschen, wie ich finde, ein Freifahrtschein für den ganzen europäischen DeFi-Sektor. Also die müssen sich nicht überprüfen lassen, wem die Wallet des Kunden gehört. Aber die zentralen Börsen, die müssen jetzt tatsächlich auch teilweise überprüfen, wem die Wallets der Kunden gehören. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt, ich glaube, weiß nicht, wie du das siehst, Daniel, aber eher ein größeres Aufatmen, dass man endlich so ein bisschen weiß, was kann man machen, was kann man nicht machen. Gerade DeFi finde ich super. Entweder man hat es noch nicht so richtig begriffen, aber DeFi ist noch nicht richtig reguliert. Und was ich auch spannend finde, dass sich gerade die FTP auch recht stark macht, hier im Bereich DeFi und Fintech-Crypto, sich weiter auszuwachen. Oder wie du richtig sagst. Also ich glaube, der große Vorteil ist, dass jetzt erstmal was auf dem Papier steht. Also wir reden ja jetzt irgendwie mehreren Jahren davon, dass das reguliert wird. Und da gingen ja die Fantasien von komplett eng. Und was du gesagt hast, dieser Verbot von Proof of Work, was bedeuten würde, ein Verbot von Bitcoin, von dieser einzelnen Währung, das ist ein Glück wieder zum Tisch. Weil das würde auch sozusagen viele Ideen und auch so ein bisschen so die, das ist ja sozusagen die Urmutter, wenn man so möchte, im Kryptobereich, wenn man das verbieten würde, wäre das irgendwie nicht so richtig cool. Viele Sachen verstehe ich. Also diese Unhosted Wallet ab gewissen Höhen, dass sobald dort von den Exchanges Geld kommen, müssen sie wissen, von wem das ist. Also ich finde es super, dass sie jetzt wissen, dass da Regulierung da ist. Und gerade im Zuge jetzt von den teilweise ganz schön großen Pleiten, die wir ja hatten, ist es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und es kann eigentlich in unserem Markt, also dem Kryptomarkt eigentlich nur zuträglich sein. Jetzt könnte man natürlich unken, es kommt relativ spät. Weil du hast gerade die Pleiten angesprochen, die Einschläge sind ja gerade relativ nah und in einer massiven Heftigkeit. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt so, man hat jetzt so die Lehren aus der ersten Phase gezogen und jetzt stellt man sich quasi auf für die nächste Zeit, weil wir sind uns glaube ich alle einig, das Thema wird insgesamt nicht mehr weggehen. Genau, es wird nicht mehr weggehen. Ich glaube, die großen Player, also ich sage bewusst, die großen Player, nicht nur das große Geld, also auch die großen Firmen, die in dem Bereich was machen wollen, auch große Banken, die das für B2B-Sachen nutzen werden, das ganze Thema DeFi, die haben halt schon gewartet, was jetzt nun endlich da reguliert wird oder ob es zu Tode reguliert wird und wir lassen es gleich ganz sein. Und wie du auch gesagt hast, ich glaube, das ist jetzt nicht nur Zufall, dass gerade eben so ein paar große Pleiten waren und wir hatten es ja vor kurzem auch mit diesem schönen Begriff irgendwie so den Lehman-Effekt der Kryptozene, dass jetzt sozusagen auch relativ schnell und relativ klar sozusagen die Regulation durchgezogen wurde. Also in der Hinsicht, ich finde es gut, ich springe auch gleich mal zur nächsten News, weil wir bleiben mal in diesem Bereich. Das ist nämlich noch ein großer Kryptofonds und teilweise auch ein Hedgefonds, nämlich Voyager Digital, rutscht dann aber auch gerade in die Insolvenz. Also dazu muss man sagen, das ist ja ein Podcast, den wir aufzeichnen, in der Hinsicht muss man wirklich sagen, das kann sein, dass wenn der ausgestrahlt wird, also sind es pleite oder sie wurden von jemandem dann doch noch gerettet. Also statt heute sind sie auf dem Weg, dass sie sozusagen eigentlich pleite gehen. Sie haben ja Geld bekommen von den relativ bekannten Sam Bankman-Freed, der sozusagen Gründer ist von der großen amerikanischen Kryptobörse FTX und der hat auch, weil der Mann nicht genug zu tun hat und zu viel Zeit hat, noch ein paar andere Sachen gegründet, nämlich noch irgendwie einen großen anderen Investor, nämlich Alameda Research. Alameda ist also diese kleine, süße Insel vor Auckland und Alameda Research wird investiert in große Fonds und große Krypto-Projekte und der wollte eigentlich Voyager Digital retten, ich glaube auch irgendwie mit einer bombastischen Summe, ich glaube irgendwie jene zur Viertel Milliarde, fast halben Milliarde US-Dollar. Das hat aber scheinbar nicht gereicht. Und wieder, again, Voyager Digital hatte Geld geborgt an Three Arrow Capital, die wir gerade am Anfang schon hatten und man muss jetzt sagen, also ich will jetzt nicht sozusagen nur die negativen News rausspülen, aber es sieht so aus, dass eben noch zwei, drei andere große Player in dem Bereich, also BlockFi hat irgendwie zumindest Probleme. Celsius hatten wir schon mal, die haben es auch wohl geschafft, Stand heute haben die nämlich aktuelle Kredittranchen alle bezahlt. Also es geht ein ganz ordentlicher Shakeout durch diese Branche durch und es ist gut, Regulation ist da, es ist gut, es gibt ein Shakeout, es ist die Zeit sozusagen wieder Sachen zu bauen und ich glaube, dass danach wird irgendwie die Zukunft umso rosiger. Ja, es war ein Interview mit ihm zu lesen, mit dem Bankman Freed, da hat er gesagt, es gibt eine Zahl, es gibt einige Kryptobörsen, die einfach heimlich bankrott sind schon. Und das bedeutet ja quasi immer, die Auszahlungen finden nicht statt, das heißt, dann ist auch das Geld der Anleger weg. Ja, also weil eben viele von diesen Exchanges sich in so einem Graubereich bewegen, das ist ja nicht wie in Deutschland, wo sozusagen diese Einlagensicherungsfonds existiert und wo sozusagen das Geld, was du bei der Bank hast, einfach, ich sage es mal, auf einem anderen Konto, als das Geld der Bank ist, also das interne Geld der Bank, sondern eben teilweise nehmen die ganz munter von links und rechts das Geld, was sie gerade brauchen. Also auch da, man muss sich da schon teilweise fragen, was lief denn da ab die letzten zwei Jahre? Also als ob das irgendwie ein großer Pool ist, wo jeder mal reingreifen darf, das ist schon ganz schön bitter. Das ist schon heftig. Aber wer weiß, wo das Ende erreicht ist. Also da müssen wir, glaube ich, jetzt einfach nur abwarten und hoffen. Ja, ich glaube, es ist noch nicht durch. Ich glaube, da kommen noch zwei, drei Sachen von dem, was gar nicht ahnen mag. Da wird es noch mal rappeln. Aber ich glaube, ich glaube, so ist es ja mal ein sehr heißer Bereich. Also ich will gar nicht sagen, dass die Lehman Brothers Pleite irgendwie sinnvoll war, hier 2008 und 2009. Aber eben, die hat halt Sachen auch mal nach oben gespült, wo man eigentlich, wenn man die jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, schon dann schon mit dem Kopf schüttelt, was wir da gemacht haben. Und so ist es halt im Kryptobereich auch. Cool. Dann, ich glaube, harter Cut, ein ganz anderes Thema kommt jetzt noch. Ja, auch so ein faszinierender Trend, den wir gerade beobachten, Richtung Blockchain und Smartphone. Also wir hatten das letzte Woche, ja, dass Solana auch sein eigenes Smartphone launchen möchte. Und ja, die Konkurrenz schläft nicht. Also Polygon zieht direkt nach, finde ich auch witzig. Und zwar, Polygon, so die Gerüchte, die sollen mit einem Wanderner Startup, das heißt irgendwie Nothing, zusammenarbeiten, um verschiedene Blockchain-Funktionen auf dem Handy zu ermöglichen. Also, dass du auch über dein Handy dann auch Apps und Spiele und Zahlungsfunktionen über Polygon auch abmachen kannst, quasi. Und Nothing, das ist so ein Startup, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen iPhone-Konkurrenten zu entwickeln. Also ein Handy, das sich so ein bisschen vom Design irgendwie von den anderen Herstellern unterscheidet. Und also, was ich einfach so spannend finde, dass scheinbar auch diese Polygons und Solanas dieser Welt über so eine große Treasury verfügen, dass sie dann sagen, na, dann erobern wir jetzt auch mal so direkt den Hardware- oder den Smartphone-Bereich. Also, da entstehen, finde ich jetzt auch so irgendwie neue Syndikate. Ich finde das Nothing-Phone, muss ich sagen, sieht total cool aus. Ich hatte da mit Jenny Dreyer von Equity Ventures mal drüber gesprochen, weil die da investiert sind. Und finde das erstmal ganz cool zu sagen, da kommt wieder so ein neuer iPhone-Anwärter. Ob es das hält, weiß ich nicht genau, aber das Design hat mir gefallen, muss ich sagen. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, vielleicht führt das dann dazu, dass Apple per se auch sagt, wir gucken uns den Blockchain-Bereich auch an. Das hat ja immer so Wechselwirkungen, wenn der eine das macht, macht es der andere auch. Auch hier wieder eigentlich in der Essenz, die Institutionellen gehen rein in Blockchain oder auch die großen Blockchain-Syndikate wie Nezulana und Polygon gehen in andere Industriebereiche über. Also, alles konvergiert so aktuell ein bisschen, trotz des Bärenmarktes. Weil telefoniert wird ja immer. Und wenn es ist, sich darüber zu informieren, dass der Kurs gerade wieder fällt. Und dann habt ihr eine spannende Finanzierungsrunde mitgebracht, ne? Genau, wir hatten es ja schon gerade gesagt, also in so Zeiten ist eigentlich die Zeit, Sachen zu bauen. Und ich bin ja immer, wirklich, ich freue mich ja immer, wenn auch so ein bisschen Local-Sachen mal passieren. Und Peak, ein Berliner Crypto-Startup, die sitzen zwar auch eben remote überall, aber das ist schon ein Berliner Team und die sind sozusagen, die kommen von hier, so ein bisschen Lokalpatriotismus mal, hat irgendwie sechs Millionen eingesammelt. Und der, also einer der Gründer, Leonhard Dorlechter, ist in Berlin und ist ganz tief drin in dem ganzen Thema Web3. Und jetzt wird es interessant, und zwar Machine to Machine. Also, das heißt, wie können Maschinen untereinander kommunizieren, Sachen abrechnen, ohne dass es irgendwelche großen zentralen Einheiten braucht und das eben hocheffizient. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel, das ist jetzt ein reinigen, fiktives Beispiel. Ich habe unten an meiner Straße eine private Ladesäule und wenn jetzt die Key vorbeikommt und mit ihrem Auto dort laden will, kann sie es halt machen und ich werde direkt bezahlt, weil es ist meine Ladesäule. Das heißt sozusagen, so eine Machine to Machine, Kommunikation und Abrechnungen sind jetzt mal so ein einfaches Beispiel. Das kannst du halt in allen möglichen Bereichen haben. Also, wenn die Key durch meine Straße läuft, wo ich wohne und meinen WLAN-Router nutzt und darüber zum Beispiel im Internet surft, zahlt sie eben zwei, drei Cent an mich. Das heißt sozusagen, so eine Modelle, die es ja alles schon mal gab in der Diskussion, aber die meistens aufgrund von zu viel Wasserkopf, sag ich mal, und zu viel Zentralität irgendwie nicht funktioniert haben, können mit Hilfe von eben hocheffizienten Blockchain-Themen super laufen und da ist Peak super positioniert und haben mit sechs Millionen auch eine ordentliche Runde eingesammelt und sind jetzt dabei, zu bauen und zu machen. Finde ich auch super. Ich wollte nur noch mal fragen, dass die Geschwindigkeit der Marktdurchdringung, wie seht ihr die, weil ich, diese Themen, dass irgendwie, ich weiß nicht, ein Windrad oder sowas automatisch kommuniziert mit einem Stromzähler oder sowas, das kenne ich schon, seit ich die Blockchain kenne, also keine Ahnung, ein paar Jahre auf jeden Fall, ja, da gab es diese Beispiele schon. Jetzt kommt ein Startup mit der Seed-Runde. Erleben wir das noch, dass das passiert? Also, wir haben ja alle vor, irgendwie dank unseres supergesunden Lebensstils hundertstum klarer zu werden. Nein, aber ich weiß, was du meinst. du, erleben wir das noch? Also, man hofft ja immer, dass es nächstes Jahr losgeht. Und das wird ein bisschen noch dauern, aber mein Gefühl ist, oder was heißt mein Gefühl? Ich glaube eben, dass wir bei Weitem mehr von so Sachen sehen oder gerade nicht sehen werden, wo es aber unten drunter eingebaut ist. Ich glaube sozusagen, so dieses, wir gucken mal nach diesen mega Use Case Blockchain und dann geht sozusagen so ein leichter Singsang los und das Licht geht an und alle sagen, das ist er da. Das wird nicht geschehen, sondern das wird halt einfach unten drunter im Maschinenraum eingebaut werden und viele Menschen werden gar nicht mitbekommen, dass sie so eine Technologie nutzen. Und dann ist es halt interessant. So ein bisschen wie bei dem Thema Cloud. Ich vergleiche es ja gerne damit. Bei vielen Projekten, da weiß der Entern, wenn er gar nicht, dass irgendwelche Applikationen in der Cloud arbeiten und es ist einfach sozusagen normal geworden und davon gehe ich da auch aus. Und ich glaube, die nächsten anderthalb, zwei Jahre, wo wir bestimmt so einen kleinen, bearischen Markt, also so ein bisschen gedämpfte Stimmung erleben werden, wird es super Teams geben, die Sachen bauen. Und ich glaube, das wird danach, wird es auf einer viel breiteren Basis rauskommen. Wenn die Wiki gerade das Beispiel mit dem Handy hatte, das ist halt ultraspannend, wenn du halt sozusagen, gerade bei dem Thema, was wir jetzt gleich haben, sozusagen digitale Identität, das halt eingebaut ist sozusagen in das Mobiltelefon. Total. Und ich hatte bei Peak eben nur den Gedanken, NFTs kannten wir ja vor einigen Jahren auch noch nicht. Das ging jetzt relativ schnell, deswegen wollte ich hier nur nochmal nachhaken, ob das sich schnell durchsetzen kann oder ob es vielleicht viel komplizierter ist als NFTs zum Beispiel. Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, NFT hat halt, ist so ein bisschen das shiny Thema. Also sozusagen, du hast irgendwie bunte Bilder, du hast Celebrities, die sich da zu committen, die irgendwie dutzende Millionen, wenn nicht hunderte Millionen Follower haben und wenn die jetzt sagen, ich stehe hier auf dem bunten Affen, sagen alle, oh wow. Wobei ich meinte auch diese ganzen Use Cases, die wir letztes Mal besprochen haben, Daniel, die haben mich schon sehr fasziniert, muss ich sagen. Aber generell, die Anwendung NFTs gibt es ja noch nicht so lange, oder? Nee, das ist auch. Naja, auf der anderen Seite, du, ich glaube, das erste NFT, meine Kei, korrigiere mich, ich glaube, das ist auch fünf, sechs Jahre alt, ja? Die ersten vier Jahre ist da überhaupt nichts passiert und alle haben nur gesagt, hm, was machen wir jetzt damit? Ich glaube, so eine Technologie wie bei Peak sind eher was für den Maschinenraum, die unten drunter wunderbar werkeln werden und funktionieren werden, als dass das irgendwie scheinlich nach vorne ist. Also ich kenne es ein bisschen, sorry, ich kenne es ein bisschen, also auch von Riddle und Code, ich meine, die sind ja auch in diesem Maschinen-Economy schon lange unterwegs, die aber auch schon vielleicht nicht, also der deutsche Energiemarkt, ich komme ja auch, da ist ja wahnsinnig reguliert, also da kannst du ja nichts anfassen, ohne dass irgendjemand zuckt, aber es gibt andere Destinationen in Europa, wo du schon auch erneuerbare Anlagen mit quasi auch so einem Machine, so einem Hardware-Gateway ausstatten kannst und sagen kannst, okay, alle Leute, die diesen Solarpark per Crowdfinancing also mitfinanziert haben, kriegen dann auch quasi und können durch dieses Gateway eindeutig zugeordnet werden, die kriegen dann auch später eine Ausschüttung. Also sowas gibt es schon teilweise und ich glaube, die Wien Energy ist da schon ganz, ganz aktiv dabei, aber bin dabei, Daniel, also es ist jetzt noch der große Durchbruch, dass man sagt, man ändert jetzt mal eine komplette Infrastrukturlandschaft. Manchmal ist es vielleicht auch eine Branding-Frage, NFTs war ein Begriff, der quasi so ein Gattungsbegriff, den sich dann jeder merken konnte, vielleicht muss man hier auch, vielleicht ist es sogar die Chance für einen Peak, Hey, hast du schon einen Peak? Ja, habe ich noch nicht. Also, dass du halt wirklich so mit einem Marken, mit einem Gattungsbegriff um die Ecke kommst. Ja. Ihr habt noch ein letztes Thema dabei, bevor wir unseren Gast einladen. Ja, genau. Ganz, also im Sinne der Konsolidierung, Shopping-Time, wir hatten es jetzt mit FTX und jetzt der Nexo, die wollen quasi auch die aktuelle Marktsituation nutzen, um günstig Rivalen zu übernehmen. Also Nexo für diejenigen, die die Plattformen noch nicht kennen, ist eigentlich einer der führenden CeFi-Anbieter für Kredite oder auch Spareinlagen. Also wenn ich einen Kredit möchte, kann ich da meine Crypto-Assets als Collateral hinterlegen und bekomme dann auch, ja, also wahnsinnig schnell auch die gewünschte Summe sogar in Fiat, wenn ich das möchte. Haben irgendwie 3,5 Millionen User, wie gesagt, schon seit 2017, 2018 unterwegs. und die haben quasi jetzt ein Verfahren zur Übernahme des Rivalen Bolt eingeleitet. Das ist auch einer dieser Unternehmen, die gerade so ein bisschen strugglen. Die haben in Hochzeiten fast eine Milliarde auch verwaltet und aber haben jetzt seit kurzer Zeit, ich glaube seit Montag, auch alle Abhebungen, den Handel schon eingestellt. Und jetzt kann man mal gucken, ob Nexo quasi auch in Rivalen einkaufen kann. Superspannend. Und das ist wahrscheinlich so ein Trend, der jetzt auch noch weiter anhält. Da wird wahrscheinlich Nexo nicht der Einzige sein nach FTX, die sich dann darauf einschießen auf sowas. Und das führt ja dann auf der anderen Seite auch wieder zu mehr Vertrauen auf der Seite von Nexo. Also dann habe ich ja als User auch das Gefühl, ah, die verfügen über so viel Kapital, dass sie sogar noch in Rivalen einkaufen können. Interessant. Also die großen gesunden Player können, glaube ich, hier auch stärker aus der Krise herauskommen. Super. Dann würde ich sagen, Vorhang auf, oder? Sehr gerne. Los geht's. Hallo zusammen. Freut mich dabei sein zu dürfen. Toll, dass du da bist. Und ja, Kei hat dich vorhin schon anmoderiert, aber vielleicht magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen. Gerne. Ja, ich habe einen technischen und Business-Hintergrund und beschäftige mich seit einigen Jahren leidenschaftlich mit dem Thema digitale Wallets. Bin dann aus dem, ja, aus dem Kryptobereich eher in den Identitätsbereich reingegangen, weil ich mir dachte, ja, das Thema Wallet ist einfach so wichtig, was man sich grundsätzlich im digitalen Internet das Tool nutzt, um das Internet zu navigieren. Und da ist es einfach viel breiter, als einfach nur die Finanzthemen im Wallet, die man bearbeiten kann. Und habe mich dann eben auf das ganze Thema digitale Identität spezialisiert. Bin aktuell bei Neosphere. Wir sind die Forschungs- und Entwicklungseinheit der Commerzbank. Und dort bin ich im Business Development bei Lissi aktiv. Wir bieten Software für Organisationen und Endanwände an, um vertrauenswürdige Kommunikation zu ermöglichen. Und bin auch bei ID Union im Konsortium bei vielen Themen der Kommunikation und Mitgliederverwaltung verantwortlich. Ja, ich glaube, die Erwartungen sind sehr hoch, weil wir hatten letztes Mal besprochen oder gebrainstormt, wir werden wir einladen können zu dem Thema digitale Identitäten. Hat Kei gesagt, es gibt keinen besseren dafür. Also nicht, dass ich jetzt dich aufrebe, aber das wird also auf jeden Fall, ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Kei, ihr kennt euch schon länger, ne? Ja, über einen gemeinsamen Kontakt, den Helge, genau. Und dann haben wir einfach entschieden, Adrian ist ein super Experte für das Thema, dass er auch uns und auch die Zuhörer so ein bisschen abholt. Adrian, auch von meiner Seite, großes Dankeschön, dass du heute dabei bist und vielleicht starten wir einfach mal mit einer ganz banalen Frage. Warum braucht man denn digitale Identitäten? Wir haben doch einen Pass. Reicht doch, oder? Das ist eine sehr gute Frage und ich finde es schade, dass diese Frage nicht so gefragt wurde in der Bundestagsanhörung jetzt am Montag. Die eigentliche Frage, meiner Meinung nach, ist erstmal, was verstehen wir überhaupt unter digitalen Identitäten? Dass die Experten, die Sachverständigen in der Bundestagsanhörung haben darunter alle eine vom Staat zur Verfügung gestellte Identifizierungsmöglichkeit verstanden. Das heißt, dass ich die Online-Funktion des Personalausweises nutze. Und das ist aber, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nur ein kleiner Teilaspekt. Weil mich im Internet aufzuweisen und zum Beispiel ein Bankkonto zu öffnen, klar, das ist wichtig, das muss gegeben sein und das ist cool, wenn ich das kann. Aber wenn ich nur das kann, sozusagen, dann fehlt mir so viel. Das heißt, das ganze Thema Authentifizierung, also der klassische Lock-In, das ist noch ein wichtiges Thema. Aber auch natürlich die Summe aller Nachweise, die natürlich nicht nur von der öffentlichen Hand kommen, sondern das kann natürlich auch mein Arbeitszeugnis sein oder sonstige andere Dokumente, eine Versicherungsdokumenten, Policy oder sonstiges. Das heißt, das zählt auch dazu. Und dann gibt es natürlich konstantlich noch andere mentale Modelle der digitalen Identität. Das heißt, zum Beispiel auch die Beziehungen, die ich habe, sind super wichtig. Nach dem Motto, wenn ich ein Angestellter, eine Firma bin, es macht einen sehr großen Unterschied, wie ich in dieser Beziehung stehe. Bin ich der Praktikant oder der Geschäftsführer? Wenn ich der Geschäftsführer bin, zum Beispiel, dann werden meine Tweets vielleicht auch als Meinung der Organisation gesehen. Und wie kommuniziere ich mit dieser Organisation? Ein anderes mentales Modell ist zum Beispiel auch das Raum-Zeit-Gedanken. Das heißt, meine digitale Identität, die habe ich in der Vergangenheit aufgebaut. Ich habe mir eine Reputation aufgebaut und die nutze ich aktuell und die ist mir auch weiterhin in der Zukunft, ist die weiterhin nützlich für mich. Nur trotzdem die Frage, ich habe ja sozusagen heutzutage die Möglichkeit, mich über mein Facebook-Login zu, überall zu autorisieren oder Google oder auch welche anderen Sachen. Warum jetzt noch eine dritte digitale Identität? Warum nutzen wir nicht weiterhin die von den beiden Großen? Das ist per se eigentlich keine digitale Identität auch wieder, es ist ein Teilaspekt davon. Es ist eine Möglichkeit der Authentifizierung. Und Identifizierung fragt, wer bist du? Authentifizierung fragt, bist du es wieder? Das heißt, wir nutzen für Authentifizierung aktuell Benutzername und Passwort. Das ist so das ganz, sehr, ganz Klassische. Jetzt gehen wir darüber über, mehr nutzerzentrierte Formen zu nutzen, wie eben Login mit Facebook, Login mit Google und das ersetzt einfach nur das Passwort. Beweist aber nicht eigentlich, wer du bist, sondern einfach nur, dass du es wieder bist, ohne dass die Partei dich zwangsweise wirklich kennt. Und vielleicht will man das ja auch nicht. Ich glaube, das ist ja so mein Punkt, wo ich sage, will man denn, dass Facebook oder Google eigentlich immer weiß, welchen digitalen Dienst ich da draußen nutze, weil bei denen es immer auf der Serverseite Ping macht, wenn ich mich sozusagen in irgendwelche Foren, Diskussionsräume, Dienste, Webseiten einlogge. Also das ist ja auch so ein Punkt, wo glaube ich, gerade die letzten Jahre die Sensibilität von uns allen sehr gesteigert wurde, zu sagen, nee, Facebook muss nicht alles von mir wissen, sondern ich kann mich vielleicht auch mit anderen digitalen Identitäten irgendwo einloggen. Und das ist ein Knackpunkt hier, wo wir sagen, wenn wir diese Authentifizierungsmechanismen nutzen, dann haben wir A, natürlich genau das Problem, dass wir mit diesen Anbietern, die diesen Servers zur Verfügung stellen, sehr Benutzer, ja, sehr spezifische Daten teilen über unser Verhalten, die dann wieder verwendet werden, um, ja, für uns Marketing zu machen. Und wir begeben uns auch in Abhängigkeit. Das heißt, wenn Google, Facebook oder welche Anbieter auch immer verwendet wird, entscheidet, dass der Account von mir gesperrt wird, dann habe ich dann auch ein Problem, mich in die anderen Accounts einzuloggen, weil man eben in meinen Hauptaccount sozusagen gesperrt wurde. Ja. Wo stehen wir denn als Deutschland? Ja, ich meine, wir schimpfen ja in Deutschland immer über den Grad der Digitalisierung. Ich persönlich glaube ja zu Recht, wenn man auf andere Länder guckt, sind sie gefühlt alle schon viel, viel weiter. Und jetzt nicht nur so ein bisschen weiter, sondern bei manchen Ländern hat man das Gefühl, dass die ja irgendwie zehn Jahre, fünfzehn Jahre teilweise ahead sind von dem, wo wir als Deutschland stehen. Also kannst du da zwei, drei Worte sagen, zwei, drei Worte dazu sagen, auch vielleicht zu dem Thema, du hattest es am Anfang gesagt, dieser digitale Personalausweis. Also ich habe die digitale Personalausweis-Funktion, ich glaube, ein einziges Mal genutzt in den letzten fünf, sechs Jahren, leider bisher noch nicht irgendwo sinnvoll sonst nutzen können. Das war irgendwie nur die Bestellung eines Führungszeugnisses. Das ist schon ganz schön traurig. Woran liegt es denn? Ja, wenn man sich das Thema hoheitliche Identifizierung anschaut, dann haben wir, wie gesagt, diesen Personalausweis, die Online-Funktion des Personalausweises, aktuell haben wir da eine Marktdurchdringung von circa neun Prozent der Bürgern in Deutschland, die diese Funktion aktiviert haben. Und jetzt ist der schon, aber auch seit zwölf Jahren zur Verfügung gestellt. Und da gibt es jetzt verschiedenste Gründe, warum das eben nicht wirklich angenommen ist. Das ist zum Teil die Nutzererfahrungen dazu, dass es halt einfach nicht so einfach bedienbar ist. Es ist zum Teil, dass es für die Organisationen nicht so einfach ist, diese Funktion auch anzubieten mit den Berechtigungszertifikaten, die man von der Bundesdruckerei beziehungsweise D-Trust braucht. Und aber auch, dass es eben eine so hohe Anforderung auch ein bisschen an die Sicherheit stellt, dass viele Nutzer so ein bisschen überfordert sind und dann eigentlich doch wieder andere Wege nutzen, sage ich mal. Und dass das dann im Ganzen dann doch wieder zu einer unsicheren Gesellschaft führt. Und wenn man das mal vergleicht, haben wir sozusagen diesen Smartcard-Ansatz, dass man eben einen Chip nutzt in einer Karte, der als Sicherheitselemente dient. Und da machen andere Mitgliedstaaten in der Europäischen Union auch ähnlich. Es gibt aber auch natürlich ganz andere Verfahren. NEM-ID oder die Bank-ID in Schweden beziehungsweise Dänemark, die haben eine sehr höhere Marktdurchdringung. Da haben sich zum Beispiel die Banken zusammengeschlossen und haben einen Authentifizierungs- wie auch Identifizierungsdienst damit angebunden. Und der wurde wesentlich erfolgreicher angenommen, hatte am Anfang aber auch weniger Sicherheitselemente. Das heißt, der deutsche Personalausweis war weit seiner Zeit voraus und hat direkt, sage ich mal, mit einem sehr hohen Sicherheitslevel angefangen, was gut ist, was man nicht zwangsläufig kritisieren kann. Und jetzt muss man hier und danach natürlich noch die Stellschrauben stellen, das Angebot erweitern, es leichter nutzbar machen und so weiter. Und dafür plädieren wir auch, dass man weiterhin diesen Personalausweis nutzt und dass wir den verbessern. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es nicht nur mit diesem Personalausweis klappt, sondern dass wir ein Ökosystem brauchen, was noch flexibler ist und andere Facetten der digitalen Identität, sondern nicht nur die Identifizierung eben löst. Das Stichwort auch ID Union, Adrian. Vielleicht kannst du auch da mal so ein bisschen uns und den Zuhörern mal erklären, was genau, was ist das eigentlich? Was habt ihr da vor? Das klingt ja erstmal ziemlich groß. Ja, generell, um Kontext zu geben, wir sind ein Förderprojekt im Innovationswettbewerb Schaufenster sichere digitale Identitäten vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und wir sind eins von vier Projekten, was in diesem Innovationswettbewerb gefördert wird in der Umsetzungsphase und wir ID Union sind ein Zusammenschluss aus verschiedensten Partnern, aus verschiedensten Organisationen, die zum Teil aus der öffentlichen Hand kommen, wie der Stadt Köln zum Beispiel, dem Senat Berlin oder auch andere Partner wie die Bundesdruckerei. Wir haben da aber auch zum Beispiel dabei die TU Berlin als Universität, aber natürlich auch Organisationen als Privatwirtschaft und wir schließen uns alle zusammen und sagen, wir brauchen grundsätzlich ein Ökosystem und eine Infrastruktur für das Thema sichere digitale Identitäten und wir sprechen davon nicht explizit von dem Identifizierungsmechanismus, sondern wir sprechen von der Möglichkeit, es Endanwendern zu ermöglichen, nutzerzentriert mit Organisationen zu kommunizieren und zu interagieren. Das heißt, dass man sich zum Beispiel von dem Arbeitgeber sein Arbeitszeugnis auf eine digitale Wallet ableiten lässt und verschiedene Nachweise eben in einem Wallet halten kann und diesen Nachbedarf dementsprechend auch vorzeigen kann. Auch schön auf deine eigenen Wallet. Also du hast die Datenhoheit, die Urkunde, das Zeugnis liegt dann bei dir und du kannst entscheiden als User, ob du das freigeben willst, ob du anderen den Zugriff geben wirst und nicht umgekehrt, wie wir es ja aktuell haben, dass die großen Player wie eine Facebook quasi das Spiel so ein bisschen anders rumdrehen. Aber über die Use Cases geht da gerne mal ein bisschen tiefer ein. Habt ihr da schon aktuell, also gibt es da schon aktuell MVPs, die ihr auch nach vorne bringt, Projekte? Genau. Wir schauen uns verschiedenste Anwendungsfälle an. Wir haben insgesamt sieben Anwendungscluster, also vom Finanzbereich, von der öffentlichen Verwaltung bis zum E-Health-Thema oder auch Bildungsbereich. Und aktuell ist es so, dass wir in diesen Clustern verschiedenste Anwendungsfälle pilotieren. Und das Ding ist aber, dass wir für die produktive Umsetzung ein produktives Netzwerk benötigen. Und dieses Netzwerk, wir haben ein solches Netzwerk, das läuft seit rund zwei Jahren im Testbetrieb. Und wir brauchen aber für das Netzwerk eine Governance Authority, also eine juristische Einheit, eine Legal-Einheit, die im Endeffekt die Governance für das Netzwerk macht. Das heißt, die Regeln schafft für die verschiedenen Parteien und ein klares rechtliches Rahmenwerk zur Verfügung stellt. Und da sind wir gerade dabei, eine europäische Genossenschaftsgründen, die im Endeffekt dort als diese rechtliche Einheit fungiert und aber noch sehr demokratisch aufgebaut ist und dann auch das technische Netzwerk im Produktivbetrieb zur Verfügung stellt. Aktuell Anwendungsfälle, die wir haben, ist zum Beispiel, dass wir B2B-Anwendungsfälle machen, dass wir Lieferketten mehr Transparenz mit reinbringen, indem wir zum Beispiel Zertifikate von verschiedenen Herstellern oder Entwicklern innerhalb von einer Lieferkette es ermöglichen, genauere Angaben über CO2-Verbrauch zu machen. Oder auch, dass wir das Lieferanten-Onboarding vereinfachen, dass eine Organisation, also ein Lieferant, sich bei einer anderen Organisation ausweist und zum Beispiel auch eine verifizierte IBAN mitbringt. Vielleicht da würde ich ein bisschen gerne, also wie funktioniert, wer attestiert dann auch wen? Das ist auch so ein bisschen Peer-to-Peer, glaube ich, dass andere Institutionen verifizieren dann, dass ich als Lebensmittelhändler quasi glutenfreie Produkte oder sowas auch anbiete. Kannst du das ein bisschen nochmal ausschmücken? Genau, es gibt immer einen Aussteller eines Nachweises, einen Halter eines Nachweises und eine Relying Party, die diesen Anweis anfragt und sozusagen diesen verifiziert, der auch Verifizierer genannt wird. Und natürlich ist es, am Anfang stellt sich die Frage, braucht man überhaupt diesen Nachweis? Wer konsumiert diesen? Und welche Anforderungen bestehen an diesem Nachweis? Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei den natürlichen Personen bleiben, mich ausweisen möchte, das ist die Bundesdrückerei, die die Hoheit hat, diesen auszustellen. Bei den juristischen Personen schaut es wieder anders aus. Das ist zum Beispiel der Handelsregisterauszug, wo genau solche Themen ausgestellt werden. Und da gibt es aber auch wieder verschiedenste Möglichkeiten, da Vertrauen reinzubringen. Da gibt es zum Beispiel noch die GLIFE, die Global Legal Entity Identifier Foundation, mit der man dann auch sogenannte Verifiable Legal Entity Identifiers ausstellen kann. Das heißt, da kann man dann, da gibt es verschiedene Mittel und Wege sozusagen, wo man das Vertrauen in das System bekommt. Und das ist aber genau ein Knackpunkt, wofür wir mit verschiedensten Organisationen zusammenarbeiten, um genau dieses Vertrauen in das Ökosystem mit reinzuspielen, weil das wirklich natürlich einer der Knackpunkte ist. Ohne Vertrauen bringt jeder Nachweis nichts, der signiert ist, weil man ja nicht weiß, nach dem Motto, wie vertrauenswürdig das ist. Und in dem Rahmen ist auch die EIDOS natürlich super wichtig. Die wird gerade überarbeitet, das ist die Regulierung für die elektronische Identifizierung für natürliche, aber juristische Personen in der Europäischen Union. Und die wird gerade überarbeitet und da ist es natürlich sehr, sehr spannend, worauf die Mitgliedstaaten sich einigen, welche Protokolle verwendet werden, welche Schnittstellen, wie Nachweisformate ausgeschaut werden oder definiert werden und wie die aktuell genutzten Verfahren in den verschiedenen Mitgliedsländern, die sich stark unterscheiden, auch ein Stück zusammengebracht werden können. Du hattest vorhin, wenn ich mal fragen darf, von dem Thema Reputation auch gesprochen. Das fand ich sehr spannend. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, denn damit verbunden die Frage, ist das dann eine einmalige Betrachtung? Du hattest, glaube ich, vorhin sinngemäß gesagt, man hat sich über Jahre hinweg eine Reputation aufgebaut, von der man dann aktuell zehrt, aber die kann sich ja auch, es gibt ja zahlreiche Beispiele, wo sich sowas sehr schnell drehen kann. Wie schnell kann das im digitalen Raum abgebildet werden? Ich denke, wenn wir aktuell über Reputation sprechen, dann ist diese hauptsächlich auf den Plattformen, die wir verwenden, auf denen wir viele Follower haben. Das ist jetzt Twitter, Facebook, YouTube und so weiter. Aber die persönliche Reputation meinst du jetzt? Ja, ja. Weil ich hätte jetzt gesagt, sowas wie eine Kreditreform heißt sie, glaube ich. Ist ja im Prinzip auch eine Art, wenn ich als Unternehmen, keine Ahnung, eine bestimmte Zahlungsmoral habe, ist ja auch eine Art Reputation. Das ist die Bonität, genau. Das ist auch die Zahlungsreportation. Und ich denke, so muss man aber natürlich ganz klar so ein bisschen unterscheiden, was für eine Reputation spricht man jetzt. Genau, sind wir im Finanzsektor, wo es die Bonität ist, die dann irgendwie über die Schufa oder die Kreditreform für Unternehmen zertifiziert wird oder verifiziert wird. Und da gibt es um grundsätzliche gesellschaftliche Reputation, wo man dann eben sich mit einem Pseudonym oder einem Klarnamen einen bestimmten Kanal aufgebaut hat, der so viele Follower hat. Und die man dann vielleicht auch umziehen kann. Das wäre natürlich schön. Da sind wir aber noch nicht so weit, dass wirklich sowas irgendwie möglich ist. Das wird noch interessant, was da für Lösungen kommt. Nun reden wir ja in unserem Podcast viel über das ganze Thema Blockchain und Krypto. Wo hilft denn jetzt das Thema Blockchain bei dem Problem, die wir sozusagen bei diesem Thema Autorisierung, Identität und so weiter haben? Also wo hilft es, dass wir sozusagen jetzt schneller werden? Oder ist das jetzt eigentlich nur nice to have und wir brauchen es gar nicht? Das ganze Thema Blockchain wird häufig sehr stark überbewertet, wenn wir ehrlich sind. Da bist du ja hier im falschen Podcast. Beim Thema Digitalität ist es meiner Meinung nach viel wichtiger oder allgemein bei vielen Blockchain-Netzwerken ist, dass der Peer-to-Peer-Aspekt, dass man sich Ende zu Ende direkt austauschen kann und die Daten trotzdem verifizieren kann. Dieser Aspekt ist so viel wichtiger als am Ende die Blockchain. Bei Ethereum mag das vielleicht in dem Fall anders sein, weil die EVM und was nicht alles sehr viele Probleme löst und viele Aufgaben übernehmen. Bei uns ist das aber bewusst nicht der Fall. Das heißt, wir versuchen die Funktionen, die wir mit diesem verteilten dezentralen Netzwerk abbilden, möglichst klein zu halten. Das heißt, wir nutzen das primär als dezentrale Public-Key-Infrastruktur. Aber ist nicht die Idee, dass man, irgendwann insoweit ist, dass man bestimmte Autorisierungen von einer Stelle bekommt, die mich vorher schon autorisiert hat. Also sozusagen, vielleicht muss man mal ganz kurz unterscheiden zwischen identifizieren, authentifizieren und autorisieren. Ich habe da immer so ein nettes Beispiel dazu. Ich gehe in die Bar und dann zeige ich mir das erste Mal, weil ich noch so jung aussehe, mit meinem Personalausweis. Das heißt, das ist dann die Identifikation, dass ich sozusagen, wenn ich das nächste Mal reinkomme und die Barfrau oder der Barherher mich erkennt, dann ist es die Authentifizierung, weil sie sehen, ich bin sozusagen wieder da. Das ist das Login-Beispiel. Und Autorisierung ist, wenn sie dann sagen, alles klar, ich habe bestimmte Rechte. Das heißt, ich darf ein Bier trinken, weil ich über 18 bin. Und nun wäre es ja nun interessant zu sagen, kann ich denn diese Autorisierung in die nächste Bar mitnehmen, ohne dass ich dort wieder anfange, Personalausweis zu zeigen? Weißt du, was ich meine? Das ist doch der interessante Punkt. Also wo ich sozusagen meinen Personalausweis, oder du hattest vorhin das schöne Beispiel mit dem Handelsregisterauszug für die Firmen, ich mich nicht immer wieder neu identifizieren und autorisieren lassen muss bei irgendwelchen Diensten, sondern wo ich sozusagen irgendwie so ein Zertifikat mitnehmen kann und eben beweise, dass ich eine Firma bin. Ist das nicht irgendwie auch so ein Ziel von den neuen digitalen Identitäten und den dezentralen Identitäten? Oder ist das zu weit gegriffen? Das kann man auf jeden Fall mit dazunehmen. Ich denke, man muss da ein bisschen auch differenziert das Ganze betrachten. Auch die Autorisierung liegt ja immer in der Hand der Organisation oder der Partei, die im Endeffekt genau dieses Recht vergibt oder den Zugriff auf etwas vergibt. Genau. Und wir können es dann eben den Zugriff auch darauf machen, dezentral bilden, indem wir es zum Beispiel ein Zertifikat ausstellen, Nachweis, dass man über bestimmte Attribute verfügt. Dass man zum Beispiel ein bestimmtes Trust-Niveau hat, dass man bestimmte Eigenschaften hat, die eben Zugang gewähren. Das kann zum Beispiel sagen, ich bin Student und deswegen, weil ich Student bin, habe ich dann Zugriff auf die Bibliothek, habe Zugriff auf verschiedene Kursanmeldungen und so weiter. Ohne dass jetzt aber immer abgefragt werden muss, bei der zentralen Universität ist der wirklich Student. Sondern das kann sozusagen die überprüfende Partei, kann in der dezentralen Infrastruktur nachschauen, kann überprüfen, okay, passt, ich sehe, dass dieser Nachweis verifizierbar ist und muss er nicht extra bei der Universität nachfragen oder bei wem auch immer, wer auch immer den Nachweis ausgegeben hat. und kann somit eine Autorisierung auf bestimmte Ressourcen oder Informationen geben. Und da ist schon einer der Knackpunkte, warum wir sagen, dass eine verteilte Datenhaltung und Struktur da sehr von Vorteil ist, weil wir eben genau vermeiden möchten, dass eine verifizierende Partei immer zur ausstellenden Partei Kontakt aufnehmen muss, um eine Information zu überprüfen. Das ist ganz wichtig. Wann ist denn aus deiner Sicht eine digitale Identität, vor allem jetzt im privaten Bereich, vollständig? Was sind denn so die Kernbestandteile, die zu einer hundertprozentigen Abdeckung dazugehören? Ich denke, das ist eine Frage, die immer weiter wächst. Ich denke, selbst wenn wir uns jetzt heute überlegen, was gehört denn da alles dazu und eine Liste machen würden, dann würde in einem Jahr, wäre die vielleicht nur für das 70 Prozent vollständig. Es kommen immer noch so viele neue Themen dazu, dass das einfach schwierig zu beurteilen ist. Zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel E-Mail. Aktuell sind wir super stark abhängig von der E-Mail und wir benutzen sie für die Autorisierung, Authentifizierung bei bestimmten Diensten, als Benutzername zum Beispiel, um uns dann anzumelden. Wir benutzen sie bei Newslettern, um kontaktiert zu werden. Und E-Mail ist so gut wie das Tool ist, so schlecht ist es aber auch zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Korrelation zu verhindern. Das heißt, ich möchte ja nicht irgendwie meine E-Mail, die ich jetzt irgendwie auch für die private Kommunikation nutze, bei jedem Newsletter rausgeben oder irgendwie bei jeder Seite angeben, der ich vielleicht noch gar nicht vertraue und gar nicht weiß, wie die meine E-Mail weitergeben. Und auf einmal kriegt er wieder Spam rein und was nicht alles. Das heißt, was wir zum Beispiel versuchen, ist, dass man sagt, man hat einen dezentralen Identifikator. Nochmal kurz vielleicht zurück. Ein Identifikator ist ein Mittel, mit dem man ein Objekt eindeutig identifizieren kann, in einem bestimmten Adressraum. Klassisch ist die E-Mail, die Telefonnummer, eine Versicherungsnummer. Das sind alles Identifikatoren. Die liegen aber nicht in der Hoheit sozusagen des Nutzers, sondern sind immer von einer Autorität ausgestellt. Das kann der E-Mail-Provider sein, der Versicherungsprovider oder sonst wer. Wir möchten dezentrale Identifikatoren einführen, dass wir sagen, wir erschaffen die Möglichkeit, dass du die Identifikatoren selber erzeugst. Die sind einmalig und nur für einen bestimmten Kontakt vorgesehen. Das heißt, ich gehe nur einen neuen Kontakt ein. Das kann zum Beispiel jetzt ein Newsletter sein, kreiere für diesen Kontakt einen Identifikator, gebe diesen an den Newsletter-Provider und kann darüber dann kommunizieren und muss mir nicht Gedanken machen, dass ich irgendwie korrelierbar bin, dass ich identifizierbar bin oder dass diese Daten weiterhin geteilt werden an andere und ich dann irgendwie nur Spam bekomme, den ich eigentlich nicht will. Weil ich kann den Identifikator einfach löschen und dann kann ich mal nicht mehr darüber kontaktiert werden. Das heißt, da bilden sich immer neue Möglichkeiten, wie wir uns im Internet, was das ganze Thema Identität, wo auch eben Kommunikation dazugehört, weiterentwickeln. Und somit ist es ja nicht möglich zu wissen, was wirklich in den nächsten Jahren kommt und zu wissen, was wirklich 100 Prozent sind und was am Ende alles dazugehört, weil die Liste einfach unglaublich lang ist. Adrian, ich würde nochmal gerne eine Kurve zur Token-Economy machen. Und zwar, man könnte hier auch so weit gehen und sagen, dass man das Verifizieren von Identitäten durch Third-Partys oder auch einfach durch andere Personen inzentivieren könnte. Also jedes Mal, wenn ich sage, das ist schon der Daniel Höfner, dass ich dafür auch quasi ein Goodie bekomme. Ist das auch bei euch Teil oder was ist so deine Perspektive darauf? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist damit das Modell der Web of Trust gemeint, dass man selber angibt, dass es sich wirklich um eine andere Person oder eine andere Organisation handelt. Und dadurch, wenn ich sage, okay, mir haben drei Freunde bestätigt, dass dieser Kontakt oder dieser Identifikator oder dass dahinter wirklich jetzt der Daniel steht, dann vertraue ich diesen Informationen. habe ich. Genau, also dass man schon eigentlich sagt, die Crowd oder die Community, ich meine, im Mittelalter war es ja auch so, da hat der Nachbar gesagt, ja, das ist schon der Graf. Also so, dass man wieder auch zurückgeht und belohnt natürliche Personen, dass sie wiederum andere Identitäten verifizieren. Also so ein bisschen dieser Web3-Gedanke eigentlich. Ja, also ich kenne das unter Web of Trust, das Konzept dazu. Finde ich aber schwierig, wenn ich ehrlich bin. Das Problem ist, dass man eigentlich mit diesem, wenn man über Vertrauensinfrastruktur dort spricht, ganz klare Vertrauensniveaus hat. In der AI das zum Beispiel haben wir Low, Substantial und High und die haben dann ganz bestimmte Anforderungen. Und das BSI hat auch dazu ein Eckpunktepapier geschrieben und hat ganz klar gesagt, dass man diese Web of Trust an Mechanismen, dass die einfach nicht reif genug sind, dass die wirklich in der Praxis verwendet werden können, weil man einfach keine Aussage wirklich über das Vertrauensniveau geben kann. Und da muss ich auch sagen, ich kenne selber keine Mechanismen, wo das so gut funktioniert und es auch bewiesen werden kann, dass man darauf vertrauen kann zu einem bestimmten Vertrauensniveau, wo sich dann auch große Institutionen oder die öffentliche Hand auch darauf stützen kann. Von daher vielleicht im privaten Markt, in Ländern, wo die Infrastruktur nicht da ist, in Südamerika, in Afrika oder sowas, könnte ich mir das schon vorstellen, ja. Jetzt in Europa, wo wir hoch reguliert sind, eher weniger. Ja, ja. Sie hatten ja das Thema schon, dass andere Länder schon viel weiter sind. Wie weit sind denn die? Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wo du sagst, also wie weit geht denn das Thema digitale Identität vielleicht sogar schon Blockchain-basiert in anderen Ländern? Also was erwartet uns denn in zehn Jahren in Deutschland? Auch schwierig. Ich denke, in zehn Jahren sind wir in Deutschland wesentlich weiter als vielleicht jetzt auch die Länder, die heutzutage sehr weit sind. Ein schönes Beispiel jetzt. Als erstes Land der Welt hat tatsächlich jetzt die Ukraine einen digitalen Reisepass sozusagen rausgegeben, den man in einem Wallet hält. Die App heißt Dia mit Doppel-I. Und da kann man nicht nur den Reisepass halten, sondern auch zum Beispiel Führerschein, sein Covid-Zertifikat. Oder man kann auch direkt in der App angeben, wenn das Rheingebäude zum Beispiel zerstört wurde und man zum Beispiel deswegen Hilfe vom Staat braucht. Man kann auch andere Informationen angeben, wo sich zum Beispiel russische Truppen befinden. Das heißt, da kann man sehen, dass sowas auch sehr stark in dem Fall in die Richtung geht, was eben gerade gebraucht wird von der Bevölkerung. In dem Fall ist das in der Ukraine natürlich ein ganz spezieller Fall. Wie man aber dort in dieser App sieht, kann man da auch sehr individuell auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen und genau diese Möglichkeiten dann schaffen. Das ist schon auch sehr interessant zu sehen, dass man darüber dann auch sehr gut öffentliche Verwaltungsdienstleistungen anbieten kann. Blockchain basiert in anderen Ländern. In Estland, die hatten auch teilweise ein DLT-System integriert, wobei die auch davor schon auch eine deutlich weitere Infrastruktur hatten. Ich denke, Estland ist immer so ein bisschen das Vorzeigemodell, wenn es darum geht, digitale Dienstleistungen abzubilden von einer digitalen Gesellschaft. Und die haben, lustig, was man machen kann, man kann nicht heiraten und kein Haus kaufen. Da muss man vor Ort wirklich da sein, weil es einfach so wichtig ist. Und sonst, ich glaube, 1200 oder sowas Dienstleistungen haben sie sonst alles digitalisiert. Und die haben aber die richtige Incentive-Struktur geschafft. Ich denke, das ist ganz wichtig, das zu schaffen, nicht nur, dass man es anbietet, sondern die Incentive-Struktur auch nach dem Motto, wenn du uns deine Steuererklärung schickst, wenn das Papierform ist, dann musst du mindestens so und so viele Wochen oder vielleicht sogar Monate warten. Und es dauert einfach viel länger, bis du Geld zurückbekommst als Bürger. Wenn du es digital machst, dann dauert es irgendwie sechs Stunden, du hast dein Geld auf dem Konto von der Steuererklärung. Ach, das ist ja mega. Das ist ja sehr smart. Bin ich sofort dabei. Ich glaube, das war ja die Frage von Kevin hier gerade, nach dem Motto eben, kann man da Incentive-Strukturen schaffen, damit Leute das nutzen und Leute, die das irgendwie unterstützen oder Institutionen, die das irgendwie unterstützen, die werden halt dann eben mit irgendwelchen Coins, ich glaube, das war ein bisschen die Idee, sozusagen auch, ja, entlohnt. Und ja, wenn du schneller Geld kriegst vom Staat, ist natürlich auch, das lohnt sich schon mal, klar. Woran liegt es denn in Deutschland? Muss man jetzt hier so einen Aufruf rausbrüllen in dem Podcast und sagt, Leute, baut gute digitale Dienste, die alle sozusagen so einen digitalen Personalausweis irgendwie integriert haben? Oder gibt es davon eigentlich genug? Und man muss eher sagen, nutzt ihn? Oder wo klemmst du denn gerade? Ich denke, es sind sehr viele unterschiedliche Stellschrauben, wo wir ansetzen müssen. Der digitale Personalausweis kann es alleine nicht schaffen. Also klar, den müssen wir auch verbessern und wir sollten ihn weiterhin nutzen und er ist gut, aber er kann es allein nicht schaffen. Die Wirtschaft braucht mehr als den Personalausweis. Und dazu gehört aber auch die ganze Bürokratie, die dahinter steckt. Wir haben häufig noch Gesetze, die vorschreiben, dass verschiedene Dokumente in Papierform vorhanden sein müssen, zum Beispiel der Arbeitsvertrag. Und das ist einfach natürlich auch eine große bürokratische Hürde einfach noch da, dass sich viele Organisationen auch fragen, darf ich das jetzt? Was muss ich machen? Und machen erst mal Wochen Datenschutzanalysen, bis dann irgendwas vorangeht. Das heißt, was uns so ein bisschen fehlt, ist diese Mentalität einfach mal zu machen und auszuprobieren, was bei dem Thema digital in der Sicht natürlich super gefährlich ist. Das muss man schon natürlich beachten, dass man da nicht nach dem Motto einfach mal drauf losmacht und einfach mal einen Hackathon draus macht und zu gucken, was passiert. Das ist natürlich ein zweischleidiges Schwert. Dennoch, wenn wir uns weiterhin einfach so langsam bewegen, dann klar, dann passiert halt einfach wenig. Deswegen muss man in manchen Aspekten einfach mal mutiger sein und aber auch auf verschiedene Lösungen und auch vor allem auf ein offenes Ökosystem setzen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man nicht nur diesen hoheitlichen Aspekt sozusagen in Deutschland sieht, nach dem Motto, okay, Identifizierungsverfahren hoheitlich, EID, cool, das passt alles, sondern noch weitergehen und sagen, wir brauchen einen technologieagnostischen Ansatz, um ein offenes Ökosystem für ganzheitliche digitale Identitäten zu schaffen, die eben auch Authentifizierung, Autorisierung, wie auch das Thema Kommunikation und andere Aspekte des echten, normalen, praktischen Lebens mit beinhalten. Super. Das ist ein super Schlusswort. Wollte ich gerade sagen, mit Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Ich fand es ein megacooles Gespräch, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert über die scheinbar nicht ganz so relevante Rolle, die die Blockchain da zu spielen hat, aber bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, Adrian. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Hat mich gefreut. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss. Super. Tschüss. Ja, und an euch beiden auch ganz großen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich finde, Adrian war ein toller Gast. War ein spannendes Thema, fand ich, oder? Ja, also auf der einen Seite ist es erschreckend zu sehen, dass wir noch so weit entfernt sind, auf der anderen Seite hat er ein paar ganz gute Beispiele gebracht, wo echt nochmal klar wird, wie notwendig es ist. Ja, und ich auch so in Anbetracht immer dem Thema Datenschutz, Datenhoheit, Perspektive des Kunden. Auch da müsste man ja eigentlich langsam kapieren, dass genau, das ist ja das Thema von dezentralen Identitäten. Das ist ja was Gutes für den Endkunde. Ich glaube, da müsste man noch ein bisschen dran arbeiten, dass das jeder am Ende des Tages auch versteht. Ich fand es auch super. Cool. Und apropos alles verstehen, das ist ja unsere Aufgabe hier. Ich weiß gar nicht, ich habe über das Thema vom nächsten Mal schon gesprochen, was wir da erklären möchten oder verständlich machen möchten. Ich glaube, haben wir noch nicht. Ich glaube, wir haben aktuell auch noch gar kein neues Thema, weil gerade so viel passiert ist irgendwie in letzter Zeit. Wir hatten ja sehr aktuell immer so das Terra-Luna-Thema und so. Dann würde ich sagen, wir lassen es auf uns zukommen und überraschen einfach unsere Hörer. Und das machen wir das. Vielen Dank euch. Auf bald. Ja, tschüss ihr zwei. Tschau. Das waren Kerstin Eismann, Daniel Höpfner, Jan Thomas und unser Gast Adrian Dirk in To Infinity and Beyond zum heutigen Thema digitale Identitäten. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen früh wiederhören. Macht's gut und auf Wiedersehen. www.startup-insider.